Das ist super. Noch einer. Jawoll. Ja, den haben wir. Super. Noch zwei, das reicht nochmal für einen. 18 Schuss, gut. Die Scar. Ja, geht auch noch. Die Minen sind entschärft. Gut, dann würde ich fast sagen, helf mir denen mal. Wer hat mich jetzt da entdeckt? Niemand. Gut. Ich dachte fast, der hätte mich in Pinger gesehen. Das wäre nicht so toll. Jetzt kann man mal schwimmen, dass es hier mal auch was bringt. Sonst bringt es dir hier eigentlich nicht sehr viel. In Crisis 1 und Crisis 2 jetzt schon. Aber wahrscheinlich hier rein, oder? Jawoll. Ah, da haben wir wieder ein Data-Pack. Wie man immer, wie auch immer man das nennen will. Was? Männlicher Menschenrebell. Ach so. Das sind ja Rebellen. Jetzt sehe ich es erst. Jawoll. Und dank, dank dem, habe ich jetzt ein Pinger-Gewehr. Das hat sich gelohnt. Machen wir wieder weg und holen wir uns schön wieder Muni und rüsten schön alles auf. Granaten. Jawoll. Granatwerfer, optimal. Das ist super. Starter-Pack und Muni brauchen wir nicht. Super. Und das Pinger-Gewehr, optimal. Bitte nicht, dass ich das scheiß Gewehr jetzt verloren habe. Bitte nicht. Hoffentlich kriege ich es jetzt wieder. Das wäre ja schon sinnvoll. Jawoll. Gut. Ah. Wieder ein Pinger, ja. Standard-Muni. Oh, der Pinger ist weg. Sehr schön. Ordentlich. Die zerstört. Die zerstört. Pinger und ich habe einen... Weg, Weg. Weg. Oh, nee. Noch nicht. Hacken. Das ist auch hacken. Da ist jetzt die Hackhilfe schon sinnvoll, muss man sagen. Die sind auf sich gestellt. Jawoll. Die helfen wenigstens schön mit. Äh, jo. Was haben wir hier noch? Nein, bringt uns alles nichts. Der Pinger ist tot. Hier wieder das Gewehr. Drei Shadows. Das sind, glaube ich, auch die stärkeren wieder. Und ein Orca. Scheiße. Ah, da müssen wir jetzt sogar mal hacken. Wenn die vermutlich etwas komplizierter sind. Das ist wieder ein L-Tag, oder? Nein, das ist ein Was. Typhoon. Was soll denn das sein? Ne, doch nicht. Keine Ahnung. Holen wir uns mal diesen Shadow da oben. Also, das fällt mir gerade noch ein. Zur Info. Ich spiele übrigens natürlich, logischerweise, mit 2x70 alles auf Ultra. Falls jetzt jemand wissen wollt. Oh, scheiße. Ja, ja. Aber wir haben wenigstens da hinten ein M-G. Das ist schon mal was. Okay. Wo ist der Wichser jetzt hin? Sollte der tot sein? Ja, der ist wirklich tot. Möchte man gar nicht glauben. Das haben wir auch geg... Oh, scheiße. Kaum freut man sich. Kommen wieder lauter... Lauter Gegner von hinten. Alter! Äh, ja. Die treffen mich ganz schön. Ich frag mich, was mich da... Ja, gut. Die zwei Dinger da hinten. Genau. Ja. Jawohl. Häken wir das mal. Vielleicht ist da ja noch was Sinnvolles drin. Weiß man ja nicht. Äh, äh... Ja. Doch, ja. Das würde ich mal als sinnvoll... Beschreiben. Ne Gauss. Das wäre... Keine Ahnung. Ach, Tschüss. Na, besser als nix. Ich würde trotzdem vorschlagen. Holen wir uns mal. Ja, das wäre dann sinnvoll. Jawohl! So kann man die schön erledigen. Ein Schuss, dann habe ich jetzt noch sechs. Komm schon her. Ah, schön pulverisiert. Ah, haben wir... Scheiße, ich habe den nicht getroffen. Doch, jetzt. Ja, ja. Der ist auch weg. Auch weg. Jetzt hoffen wir noch, dass wir da hinten nochmal Muni haben. Scheiße, das war schon mal nicht getroffen. Erledigt. Ja, erledigt und... Gehen wir nochmal zurück und holen wir uns Muni. Und eventuell klaue ich mir dann auch wieder die Skabe. Die wäre schon sinnvoll, muss man sagen. Jawohl, nochmal acht Schuss. Ja, sehr schön. Obwohl man mal sagen muss, jetzt habe ich zehn Schuss, 18 Schuss, kann ich damit maximal 18 Aliens erlegen. Da unten, ist das ein Sekundärziel? Nein. Ah, das Soße wäre sogar so ein Buggy. Und... Da geht eine Seilrutsche von wo weg? Die geht von... Da hinten. Gut. Kann man eventuell da wieder runter? Ah ja, hier, hier, genau. Dann erledigen wir die erstmal. Tschüss. Noch ein Abschiedslied? Nicht, oder? Tschüss. Jawohl. Sehr schön. Der hat aber wahrscheinlich kein Gewehr dabei. Oder es wäre auch eigentlich egal. Was waren das gerade für Schritte? Das war doch hoffentlich nicht das Teil, das sich bewegt hat. Da unten Muni, egal. Seilrutsche da runter und weiter geht's. Skar nochmal Muni. Ah, hier, wenn es gar... Ah, hier, wenn es gar... Da riecht sie nehmen. Ja, die nehmen wir mal. Die ist es nämlich wert. Ja, mit Muni, ja, mit Muni und mit dem, mit der Müllungsbremse, ja, da habe ich auch noch zwei Granaten, ähm, Ding dabei, von dem her passt es. Und rutschen. Und rutschen. Wie in Far Cry 3. Das ist auch komisch, das ist auch komisch, dass man das in beiden spielen kann. Wie viel... Ah, ich habe eh noch drei Raketen. Ah, das habe ich auch noch, also muss ich ihm alles verwenden. Ah, jetzt dürfen wir düsen. Ja, das geht um einiges schneller, muss man schon sagen. Was? Was waren das? Minen um den Arsch, scheiße. Das war nicht so super. Ah, Masinu. Ah, Masinu. Ah, Masinu. Ah, Masinu. Ja, natürlich machen wir die Sekundärziele auch. Alter, sind das viele Minen. Wahnsinn. Hängen wir die alle mal gleich, damit wir da nicht verrecken. Ah, Kacke. Was war das denn? Puh, scheiße. Ah, das ist ein bisschen blöd. Scheiß Schiff ist das. Kann ich den jetzt zerlegen? Weiß ich nicht. Sollte ich können. Na ja, doch kann ich. So, wo ist jetzt das Sekundärziel? Da hinten. Da hinten. Und, warte, jetzt noch mal eins. Wo war das? Oh, oh, oh. Da hinten auch noch mal. Nee, das war nur Buggy. Okay. Oh, Kacke. Das selbe Teil wie hier. Gut. Dann legen wir mal los. Ah, super. Hat mich gut gebracht. Ah, das ist los. Komm. Ich lass die uns noch erwischen. Hey, ist da draußen jemand? Wir sind im Flugzeug. Holt uns hier draußen. Ah, zwei Kameraden. Sehr schön. Was haben wir hier? Ah, FY-71. Gibt's die auch noch? Das ist sehr schön. Oh, oh, oh. Das hat sich ja gelohnt. Die müsste man direkt mal benutzen, ja. Die FY, wie sehen die überhaupt aus? Moderne halt, ne? Ja. Einiges. Wow, was kann man alles auswählen? Die selben Sachen wie hier. Gut, dann lassen wir das mal, würde ich sagen. Hört sich definitiv anders an. Ah, das war doch mal schön hilfreich. Ah, sogar mit, äh, Brandmunition. Optimal. Was will man mehr? Oh, die wollen hier jetzt anscheinend sterben. Ähm, wir müssen dann wieder zurück. Ja, das war der Bucky. Habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Das, dieses Flugabwehr zu deaktivieren. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Das habe ich anscheinend vergessen. Will ich sagen, fahren wir nochmal zurück. Ja, geht ja eh schnell mit dem Bucky. Boah, schon Wahnsinn, dass man hier so frei rum, äh, rumfahren kann. Mit dem Bucky. Kann man ja schon fast sagen. Open World. Ah, hier war doch der Pinger. Jau. Ah, das war's. In den, nicht in den Sand gesetzt, sondern in den, äh, ja, in den Schluss. Ja ... Vielen Dank.